Hallo aus Berlin. Ich komme gerade von einer Sitzung des sogenannten Weimarer Dreiecks mit polnischen und französischen und deutschen Abgeordneten und wir sprachen über die EU und da fiel mir wirklich sehr heiß ein, was so die Grundaussage unserer EU-Politik ist, weil die anderen schwadronierten so von einem Europa der Solidarität oder von einem Europa der Nachhaltigkeit. Nein, was wir brauchen ist ein Europa und eine EU der Freiheit und zur Freiheit gehört Demokratie auf nachvollziehbarer Ebene, also nationaler Ebene und Rechtsstaatlichkeit, also dass Recht und Gesetze und Verträge eingehalten werden. Und ich war zum Muttertag zu Hause und habe so ein paar Sachen aussortiert auch und habe ein Handout wieder gefunden von einem Referat, das ich 2004 im Grundkurs in der Schule gehalten habe. Da hatte ich die EU-Wahlprogramme der damaligen Parteien verglichen und mir fiel aus heutiger Warte in dieser Tabelle, als ich sie so anguckte, auf, dass im Endeffekt EU-kritische Positionen damals ausschließlich von rechtsextremen Parteien vertreten worden waren. Also sowas wie die NPD. Die anderen waren alle eher dafür oder hatten relativ wenig Kritik. Und heute ist wirklich diese EU-Kritik in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wird ja auch vertreten in einzelnen Teilen der Union, aber natürlich auch in der AfD. Und der Grund ist der, dass wir ja seit 2004, eigentlich schon ein bisschen vorher, aber da hat es noch keiner gemerkt, permanent mit Rechtsbrüchen zu tun hatten, die im Wesentlichen im Sinne einer großen europäischen Idee begangen wurden. Da gab es den Euro und man hatte Maastricht-Kriterien, aber die Maastricht-Kriterien wurden gebrochen. Da gab es Banken, die haben sich verspekuliert, die sind pleite gegangen, aber man hat sie eben nicht pleite gehen lassen, sondern man hat sie mit Steuerzahlergeldern, also mit ihrem Geld, rausgehauen und hat die Eigentümer dieser Spekulationsbanken quasi ausbezahlt dafür, dass sie Länder in den Mist geritten hatten. Wir haben Rechtsbrüche gesehen bei der Migrationsdebatte, bei 2015, als Angela Merkel mal eben mit einem Fingerschnips gesagt hat, so, jetzt lasse ich alle rein. Und das auch zugunsten irgendeiner, irgendeines neuen Wertes der Toleranz. Und wir hatten auch diesen Rechtsbruch, diese Vertragsbrüche gesehen bei dem plötzlichen Atomausstieg. Zugunsten immer irgendeiner Idee der Nachhaltigkeit der Umwelt oder sonst was. Aber vollkommen egal, zu wessen Gunsten diese, diese Rechtsübertretungen passierten. Wir leben eben nicht mehr in einer europäischen Gemeinschaft, die das Recht respektiert und sichert. Sondern wir leben in einem Konglomerat, das darauf mittlerweile fußt, Recht zu brechen. Mit dem Euro, mit der Klimapolitik, mit der Migrationspolitik. Der einzige Vorteil oder der große Vorteil, der bei den Menschen jedoch wahrgenommen wird, das ist doch der, wenn man schon einen Vorteil in der Europäischen Union sieht, dass es die vier Grundfreiheiten gibt. Dass es die Möglichkeit gibt, als Unternehmer auch in einem anderen EU-Land zu investieren und sich sicher zu sein, gut, da habe ich Eigentumssicherheit, da habe ich einen Zugang zu Gerichten und ich werde dort nicht diskriminiert. Und das Gleiche habe ich auch als Bürger, der woanders hinziehen kann und sagen kann, gut, ich werde Zugang zu Gerichten haben, wenn mir was passiert und ich habe da einen grundlegenden Schutz der Sozialversicherungen, die sich auch gegenseitig irgendwie abstimmen. Das ist doch der große Vorteil der europäischen Gemeinschaft und das ist doch die eigentliche Errungenschaft. Und dass man gemeinsam Handel treibt und dass man keine Zölle hat. Aber diese Freiheit, die benötigt Rechtsstaatlichkeit. Und wenn es, wenn die Leute anfangen, an dieser Rechtsstaatlichkeit zu zweifeln, wenn sie daran anfangen zu zweifeln, dass sie tatsächlich diese Rechtsdeckung haben, wenn sie erleben, dass Politikrecht bricht und dass im Endeffekt die gesamte Europäische Union Recht bricht, dann ist es auch keine Europäische Union der Freiheit mehr, sondern der Gängelung. Und dann passt es nur ins Bild, dass auch Produkte verboten werden, einfach zugunsten wieder irgendeiner Idee. Wir haben es bei den Glühlampen gesehen, die Staubsauger wurden begrenzt auf 900 Watt Leistung, da kriegst du nicht mal einen Teppich ordentlich mit sauber. Es wurde Bleigießen verboten, es wurde über ein Plastikverbot diskutiert und, und, und. Und dabei haben die Glühbirnen vor allem ja auch gezeigt, man muss doch ein Produkt eigentlich gar nicht verbieten. Die LEDs sind mittlerweile Standard und sie sind es eben nicht nur in der Europäischen Union, die Glühbirnen verboten hatten, sondern sie sind es auch in Ländern wie USA oder auch im asiatischen Raum, ganz einfach, weil dieses Produkt überlegen ist. Und man hätte die Glühbirne gar nicht verbieten müssen, um sowieso einen Wandel der Konsumgewohnheiten zu erleben. Denn überlegene Produkte werden immer die älteren Produkte ersetzen. Wir haben das gesehen bei Videokassetten und DVDs beispielsweise. Und deswegen ist einfach die Position, die wir einnehmen müssen, und das ist ja genau die Position der AfD. Und ich will sie einfach nochmal so deutlich machen. Wir sind für ein Europa der Freiheit. Und das Europa der Freiheit bedeutet, wir brauchen Demokratie auf nationaler Ebene. Wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, das wirkliche Halten an Verträge und Gesetze. Und wir brauchen ein gesundes Vertrauen in den Markt, der eben auch zum Beispiel das Durchsetzen neuer Produkte regeln wird. Und wenn wir Europa tatsächlich nicht von oben herunter denken, so wie die Kommission und die Vertreter der Grünen und die Altparteien, sondern wenn wir Europa von unten denken, eine europäische Union oder eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft der Demokratie auf wirklich subsidiärer, also so niedrig wie möglich gehaltener Ebene, in Verbindung mit einem wirklichen Vertrauen in den Markt, dann haben wir, glaube ich, genau das, was die Menschen wirklich brauchen und was sie sich wünschen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und was mich dann wirklich gefreut hat in der heutigen Diskussionsrunde, war, dass die ersten Worte des polnischen Kollegen, der nach mir gesprochen hat, war, ich möchte mich meinem Vorredner gerne anschließen. Ich hoffe, dass wir mit der Europawahl sehr stark im europäischen Parlament danach wirken können, genau diese Ideen eines Europa, einer europäischen Union, einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Freiheit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Marktes durchzusetzen. Und dass wir gemeinsam dann für eine gute europäische Union, eine europäische Union für den Bürger da sein können. Eine EU, die fundamentalere Reformen benötigt, die viel abschaffen muss, was in die falsche Richtung gegangen ist und die sich wieder auf das konzentrieren muss, was wichtig ist für die Menschen. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und freier Markt. Herzliche Grüße aus Berlin.